Äh, Gestik. Es wird langsam Zeit. Dum dum dum. Also, let's go. Oh, es geht so weiter, desto wo ich endlich... Ach, als erstes Lustgegen bin... Naja. Jetzt sind die Textur noch für Deutsch. Das ist nicht gut. Also, ein Parkplatz stand da ja. Ey, Squall, zeig mir deine Gantleid. Komm, nur einmal. Bitte, bitte, bitte. Okay, okay. Ich hab' verstanden. Du bist eine pindelige Sau. Genau das bist du. Och, verdammt, Skype. Hey, sag doch etwas. Was denkst du dir überhaupt? Nichts. Ah, typisch Christus. Naja. Das muss eh natürlich wieder Stress machen. Nerv hier nicht rum. Hasenfuß. Was hast du gesagt? Hehehe. Es reicht jetzt. Streithinne. Naja. Du wüsstest... Wer war das Männchen auf der Krankenstation? Er meint also jetzt diese mit den... äh... komischen... äh... Kleidung da. Also die da... mit schwarzen Haaren. War da jemand? Mir ist niemand aufgefallen. Ist irgendwas passiert? Nein, nichts. Das Mal sehen. Mein Tee besteht aus einem Hasenfuß und einem Gigolo. Entweder nicht. Koffe Klitsch bei Scyfer, wenn man es gesehen hat. Schleuhe von PKWs. B4 rückwärts, ähm, ist bei mir Dreieck, B1 vorwärts, also X, B2 ein- und aussteigen, ist Kreis, und Perspektive verändern ist bei mir, ähm, was ist denn das denn, nicht bei mir, äh, irgendeiner von den Schultertasten, denke ich mir. Oder? Ähm, das ist die, die Wertkarte. Ach, die werde ich mal verwenden. Und wir fahren, wir fahren, wir fahren in die Straße. Yee, 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 yee. War aber eine kurze Fahrt, naja. Außer es wird man später noch sehr viel bekommen, außer, äh, sich kaufen, wenn man zuvor zum Laufen ist. Das ist das Schiff, da ist das Schiff. Es gibt kein Zurück mehr. was er verschießt es hat der letzten statt ein Tempo enttäuscht mich nicht der Eilung der Eilung let's go und wir fahren mit dem Boden mit dem Boot bei die Skoll ich komme schon es mich ist nicht mit eines das gibt es zu können es aufgleichen was sagst du eigentlich wo bist du hin nirgendswohin einsteigen Tempo ist halt also der B-Trop die Ausbildung als die Jungen Ausbildung als die Jungen so und wir steigen ins Boot dumm 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 hi quistis schu das ist der B-Trop hallo ähm ja ist mir wieder stumm das wievielte Weiszeife ich mag halbbriefungen erläutert um der Lage und die Missionsbeschreibung setzt euch der Auftraggeber ist das Dollet-Parlament der Auftrag wurde vor 80 Stunden an Dessiz weitergeleitet Dollet wird seit 72 Stunden von den Galbadianern angegriffen 49 Stunden später hat Dollet die Innenstadt aufgegeben zur Zeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen zuviel zur aktuellen Lage erst kommt die genaue Missionsbeschreibung die Galbadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der Dolletschen Restverbände wir werden am Lupthans Strand äh Lupthans Strand anlegen schwieriges Wort wir beseitigen die Galbadianer am befreien der Innenstadt wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten okay und was müssen wir machen die Siedanwerte sollen die im Stadtbereich säubern eine wichtige Aufgabe langweilig wir müssen also den Müll beseitigen, ne? ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität vergesst das nicht wir werden bald anlegen gleich nach deinem Ende beginnt der Kampf bereitet euch gut vor das war's wendet euch an Quistus, wenn ihr Fragen habt okay was mache ich jetzt? ähm, wir sprechen mal Quistus an was ist, Quall? ähm, nichts okay, geht nur um nichts zu sagen gleich wird mir anlegen viel Erfolg, Quall Seife ansprechen ich zähl erst mal der erste Einsatz au, aufregend mach ja nicht in die Hose her, ich hör wohl schlecht he 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 scheiß Kerl okay, genug geredet wir sind gleich da macht euch bereit verstanden 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 ja, ja so, Squall schau noch was drausen abgeht verstanden mach mal einfach mal was, du hast es begriffen ich bin schließlich der Truppenführer so jetzt kommt erstmal ne schöne Zwischensequenz Rosenaco und mein Dasher ist Musik 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 Und jetzt ist der Übergang ins Spiel. Der Vitro ist für den Marktplatz zuständig. Vor einem Kampf solltet ihr checken, ob die GF gekoppelt sind. Wir gehen. So, GF-Koppeln. Stichwort. Xcel und Cypher sind nämlich nicht gekoppelt. Das heißt, dass ich... ...dass ich erst einmal hier eine GF-Koppeln an Cypher abgeben muss. Das ist natürlich keine Magie. Zauber, Item. Das müssen wir natürlich erst einmal hier zaubern. ...Kristus, Tau, Shooter, Squall, alles geben. Außerdem, wenn ich momentan die Zauber nicht... ...da hat er nicht mehr Zauber zur Verfügung. Und ich muss dann auch daran denken, dass es Cypher dann, wenn ich die jetzt gebe, die Zauber ihm... ...dass ich die eben dann wieder wegnehme, weil er nämlich nicht mehr in der Party ist. Ähm, erstmal Excel... ...teilen, also 39 durch 3... ...ähm... 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 ...das mit der Hälfte. So, dass er noch mehr hat... ...zwölf Läden mal ein bisschen geben. ...So. So. Ja, ja, ja... ...So, Feuer! Hm, ... ...ähm... 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 ...ne, als ähm, 5 Blitz. Als Blitz, wie viel machen wir denn da? 10... ...und nochmal 10. Schlaf! Das ist die äußere Sache. 5... Schlaf... 4... Schweigen! 3... 3... Analyse, da haben wir schon recht viel davon. Also 22, 20 geben. Da haben wir selber noch 22 da, dann. So, gut. Super! Und der ist Koppeln. In Excel, da muss ich auch noch irgendeine Gruppe bestellen. Scroll, Koppeln. Optimal, HP. Ähm, als optimal HP. Ähm, Koppeln, Zauber. Das ist natürlich kein Beigar. Ähm, so. Tomal, Zauber, HP. Tomal, Zauber, HP. Was hast du denn, der ist für ein Zauber bei Feuer? Okay, das ist okay. Ähm, so. Gut. Und dann spiel ich noch das nächste Speicherpunkt. Und dann... Ich werde erstmal Schluss machen. Dann kann ich den Lern. Ach da. Okay. Und wir dürfen nicht mit den anderen reden, weil das nämlich dann unsere Wertung senkt. Oh, wir speichern hier erstmal ab. Und... Reicht doch erstmal wieder für heute. Wir sind es dann das nächste Mal bei Pfeifling C8. Auf Wiedersehen.